Hallo meine kleinen Wunder, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XV. Wie in der letzten Episode besprochen, der Anfang vom Ende nun. Wir sind zurück in der Gegenwart und wir sind zurück zu Sexy Noct. Und... Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich habe eine Art von Ignes geholfen. Ich habe einen Weg in der Geschichte. Ich habe einen Weg in der Geschichte. Ich habe einen Weg in der Geschichte, und sogar einen Weg in den Royalen. Er hat sich in den Royalen. Es ist cool. Ich bin ein bisschen ein Geschichte-Buff. Aber wir haben uns ein bisschen weir. Oh? Während wir über alle diese Ärzte, ein Name hat uns aufhört. Ardyns. Apparently, he was hailed as a savior, healing all those who were ravaged by demons, only to end up branded a demon himself. A dubious charge, I'd say. By all accounts, he was just as human as you and me. I'm more than happy to tell you we've even got some former Imperials fighting for us. The toughest of them said she used to lead a band of mercenaries. Arneia. So you do know her? Well, I'm not surprised. The Marshal said she was feared far and wide back in the day. But now, she's revered among the Lucian masses. The same with her men, Biggs and Wedge. Each of them leads their own small army. That's great. I've been happy to tell you every... Oh, right. About the Empire. Gladio brought back word that both the Emperor and High Commander were dead. With those two gone, Niflheim pretty much fell apart. Yeah, figured. I'm more than happy to tell you everything I know. On the bright side, we've come a little closer to understanding the demons. And? You see, I'd always thought they were animals. Only more hideous and savage. But it turns out they're just ordinary people. Unlucky folk infected by something or other that transformed them into monsters. There's no known cure as of yet. So death is the only mercy. I'm more than happy to tell you everything I know. We've got a lot of survivors pouring in from Accordo, too. What with all the demon attacks there as of late? Not like it's much better here. Well, Stalem's practically overflowing with refugees from Insomnia. The Empire's recovery assistance fell by the wayside, and demons overran the city. Thankfully, Eris and the Marshal managed to evacuate the civilians. Now there's no one left, except the demons. I spent my childhood in the Crown City. It's sad knowing it's gone, you know? Not for long. I became the king to reclaim our home, and now I'm back, as promised. All these years, and you remembered? You bet. I'm more than happy to tell you everything I... Your Majesty? Do you remember my grandfather? Yeah. There's something I wasn't able to tell you back then. Grandpa... Died because of me. It was my fault. An Imperial officer approached me in town. Asked if I was from the Crown City. And that was just the beginning. What brings you here, young man? You didn't come here by yourself, did you? Oh, your grandfather's a butler at a manor. How very grand. Oh, he rubs shoulders with the royal family. You must be ever so proud. I answered him without thinking. A little after that, the man showed up at our hotel. Talcate. Think what you will of me. But please know that Grandpa didn't give you away. Hey, listen. Yeah? You're not a kid anymore. You should know by now what happened that day wasn't your fault. None of it. You know, it's hard to ask someone about their pain, but it's just as hard to share your own with someone else. I appreciate you opening up to me, and I swear I'll make things right. But believe me when I say nobody blames you. Not me. Not your grandpa. Trust me. You have the king's word. Oh my god. Otherwise it's really good. Everything will be good, Talcate. I'm sure that the ice will be good. No worries. Oh my god. Ah, fuck, am Ende. Ah, nein. Danke. Okay, Jungs. It's the time. It's the time to go. I won't go. Can we really never camp in the city? The city really never camp. I would really like to see the city again. Okay, I have to go together. I really have to go together. God, I need to go together. Haha. Ich musste ein Funktionierender Adul mehr oder später sein. Es fühlt sich nicht, dass du dich verändert hast. Nicht so viel wie er sagte. Willst du meinen Moment spoilern? Was soll es spoilern? Selbst nach dieser Zeit, die Leute haben nicht ein bisschen verändert. Nicht als individuelles, vielleicht? Aber wir brauchen nicht mehr Hilfe für einen anderen. Wir haben den Punkt, wo diese Synergie ist eine andere Art. Prompto macht aber keine Fotos mehr. Was ich echt schade finde, um ehrlich zu sein. Okay. Dann letztes Mal leveln wir noch auf. Und dann geht's los. Warum ist mir jetzt schon noch heulen zumute? Ich weiß nicht warum, aber mir ist jetzt schon auch heulen zumute. Hahaha. Ihr habt so viel Zeit geschwindet und so viel noch anderes Zeug erledigt. Und keine Ahnung was alles. Um jetzt an diesen Punkt zu kommen, wo ich mir selber gesagt habe, okay, jetzt ist es gut. Und jetzt beenden wir die Story. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich werde am liebsten Umbrow rufen und sagen, okay, bringe ich mich wieder zurück. Warum fällt das mir so schwer, ey? Das ist so krass. Oh Gott. Okay, Konzentration. Ähm. Ich geb' ihn das. Ich glaube, mehr wird's gar nicht, weil der Rest ist alles schon viel zu teuer. Aber so könnt ihr zumindest auf jeden Fall nochmal die ganzen Statistiken sehen quasi, die ich jetzt schon alle habe. Weil ich die sicherlich meistens überspringen werde. Und ich das bearbeiten werde alles hier. Ah, das kann ich mir leisten. Warum nicht? Warum nicht? Okay. So. Jungs. Jungs, meine Jungs. Los geht's. Ich nehme an, ich sei hier vorne raus. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Ja. Ich hoffe, dass sie noch verdienen. Was essen wir? Oh Gott. Ich muss so Tränen zurückhalten. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon heule. Oh Gott. Okay. Oh, gute Güte. Es geht echt ab, sich aufs Ende zurück. Oh Gott. 69 Stunden später. 69 Stunden in diesem Spiel. 69 Stunden mit diesen vier Jungs. 69 Stunden. 70 Stunden. 69 Stunden. 65 Stunden. 67 Stunden. 67 Stunden. mal campen und jetzt zurück nach Isomna. Wo der auserwählte König seinen Thron zurückerlangen wird und die Welt retten wird. Und ich muss aufhören zu heulen. Jetzt schon. Jetzt schon. Okay. Oh Gott, ich muss echt jetzt schon aufhören zu heulen. Das geht gar nicht. Oh Gott. Ich kann's aber überhaupt nicht zurückhalten, ne? Oh, krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber warum tricknackt es das an seinen Beinen? Hat er die Klamotten seit Papas angezogen? Oh Gott, ich will überhaupt nicht weiterlaufen, kann ich wieder zurück zu Abra gehen? So ne Scheiße... Oh Gott, ich dräng mich so an, dass ich dich extrem losheile gerade, hab ich das Gefühl, ich muss einfach... Ich versuche so ein bisschen mehr runterzukommen. Wir verbringen kurz Zeit im Menü. Alter... 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 Danke. Schau mal, Gladio! Sorry to break this up! Nice work, Gladio! I can't stop it! I can't stop it! I can't stop it! I can't stop it! So I can't go on to the end! I can't stop it! I can't stop it! I can't stop it! I can't stop it! Maybe I'm just better at hiding? Maybe... Oh, God! Oh, God! Was it for me? We're gonna kick some of these. Oh, God... I can't stop it! I'm so confused that I just only play the game. Because... I'm so confused... Oh, das sind alle gerade irgendwie 3 Uhr morgens oder so. Scheiße, ey. Oh, das ist ja. Impressive. Not making it through here. Talcid was raring to tag along. Well, he is a hunter in his own right. Feels like only yesterday he was still a child. Sounds like he's all grown up now. I'll bet Jared would be proud. God, diese Musik macht sich besser. Wow. I sense trouble. He stands right. Nice, Iggy. No time to come for me. Yeah, he and me all work to do. Let's take it down to the underground. All in bullet time. All in bullet time. All in bullet time, baby. All in bullet time, baby. I'm so proud of all. Ich habe mich so toll entwickelt. Und habe überlegt, dass ein kleines, komisches Kind noch war. Und jetzt ist er der König. Und ich bin blind und trotzdem einfach nur absolut nicht drin, statt nur dabei. Verdi ist so ein cooler Typ von Anfang bis Ende hat's durchgelesen. Und Pompter hat so ein Charakterstärke zu gewonnen. Das ist so krass. Ich bin so stolz auf sie. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier echt gerade heule wie ein Wasserfall. Es ist total krass. Ich glaube nicht, dass ich das komplett alles an einem Stück durchschaffe, ohne Pause, muss ich ganz ehrlich sagen. Hey, wir laufen gerade die Tränen ohne Ende. Das ist einfach wahr. Aber wie ihr hört, das ist nicht, weil ich traurig bin oder so, weil ich bin einfach nur glücklich, sondern... Also ich bin nicht glücklich, dass das Spiel endet, zum Beispiel. Ich bin einfach nur glücklich, zu sehen, wie es jetzt endet und wie es jetzt weitergeht und was alles passiert und keine Ahnung. Und wie gesagt, die Musik macht's nicht besser, okay? Irgendjemand machte die Musik das gerade jetzt nur noch alles noch extremer. Oh, krass, ey. Machen wir. Okay. Drückt das Knäppchen, lockt. Okay. Hi. Okay. Hi. 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 Geh! Ah! Ah! Geh! Ah! Ah! All right, ich bin noch nicht. Oh, das tut mir so leid, sonst muss ich doch nicht mal schön zu kommen. Aber ich kann nicht abhalten. Mir laufen die Tränen, wie sonst was. Oh, das tut mir so leid. Oh Gott. Okay, wir machen jetzt erstmal Pause. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und bis dann. Okay. 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 Okay.